F*** F*** Du hast jetzt bestimmt recht nicht Ich hab das Spiel bekommen zuerst, weil es halt nur einer gibt F*** Also das kann jetzt hier noch ein bisschen dauern Ich glaub mit Mike geht die ganze Zeit im Kreis Na komm Oh voll schlafen ich da Nein Ja ich lauf die ganze Zeit im Kreis mit denen Jetzt nicht mehr Oh man Hä? Vergiss dich das Hotel Ja Der Hintergrund ist irgendwie fest Oder er geht einfach nicht weiter Ich mein das Weiß nicht was er vorhat Ja Weiß allerdings nicht warum Ernsthaft hier ist noch ein anderer dazu gekommen Es ist Nate Es ist Nate Mhm Na gut dann mach ich den Generator weiter Ich glaube das war ehrlich gesagt eine schlechte Idee Alter Alter ernsthaft Mech Ich bin jetzt eben fast in die Arme gelaufen ne Gegen euch Alter die Mech sollen immer abhauen Ich will dir in Ruhe den scheiß Generator fertig machen Nein Mario Ja Ja Ist sie da? Ich war schon grad eben hier oben Da glaub ich nimm in die Arme Ich bin aber runter gesprungen Was war das? Ich bin das Ich könnte Hilfe gebrauchen Heidung Schnell Danke Danke Juhuuu Guck mal Ich geh mal gucken wo die andere liegt Ja Guck mal das Tor Guck mal das Tor Was ist Fakti Pudding Okay Das sag ich jetzt nur weil ich jetzt Fakti Pudding hole Ich stehe dich noch kurz bereit und dann bin ich kurz in die Fische Bis gleich Okay Nächsten Tag Drei Tage später Drei tausend Jahre später Drei Tage Drei Tage Drei Tage Drei Tage Drei Tage Drei Tage Ich hätte zum Anotoren sein Ich dachte sie loggt ihn weg Drei Tage Drei Tage Drei Tage Was macht sie? Das ist das alte Tor? Ja. Natürlich. Long auf Durchschlampe! Die Schlampe, ich hätt'n kommen können. Aber nein, sie muss natürlich da stehen bleiben. Jetzt kommt sie zu dir. Wenn du dein letztes... Die Sache, die... It's time to stop! It's time to stop, okay? Das gibt's doch nicht. Wie kann man nur so retarded sein? Wenn nur noch zwei Leute sind... Jess ist noch wackelt worden. Von Doktor hat Kacke. Da wurden sie einfach. Alter, was macht die denn? Ja, ihr... jetzt stört auch noch. Das ist die Luke! Danke. Natürlich kommt das... Er kommt zu dir. Jetzt müsstest du versuchen rauszukommen. Weil sie bleibt an der Luke, hoff' ich mal. Hoff' ich. Alter, die geht von der Luke weg. Nein, ich bin jetzt tot, weil die da ein Haken ist, ne? Oh Mann, es ist so... Sie geht von der Luke... Nein, sie geht wieder hinweg, ne? Ganz ehrlich, das schieb' ich jetzt auf sie. Hier kommt wieder Praxis. Mach mal was! Ja, erschreckt dann, ne? Alter, hast du auch gehabt, diese Flimmern bei dir? Nee, sie ist... nee, 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 nee. Okay. Oka, ah! Ich dachte, er wäre eine Barrikade. Aber keine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du siehst manchmal Trugbilder, ne? Das ist kein Trugbild, das nicht. Ja, aber... Ich weiß auch immer, dass jetzt hier alles sein soll. Ich will jetzt nicht schreien. Der Haschenlampe. Der fucking Haschenlampe. Yeah, fuck. Yeah. Der ist halt hinter mir. Alter, was haltet ihr mich jetzt zuerst? Schnauze. Anstatt dass sie hier mal mithalt, einfach nur umrollen. Alter. Oh Gott. Ah, ich seh nichts, ich seh nichts. Alter. Ich bin im Entkommen, glaube ich. Was ist das? Ganz ehrlich, die eine ist so behindert. Anstatt beim Heilen zu helfen, hockt ihr da einfach und wartet drauf, bis sie wieder fertig sind. Was ist das? Ach. Bist du das? Mario, bist du das? Ah, ne. Okay, das ist Muja. Wir landen. Au. Kannst du die anderen holen? Ich versuche den wegzulotteln. Warte, 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 warte. Ich muss weg. Ich kann ja nicht warten. Der andere ist tot. Du hast noch dieses Elektro-Ding, ne? Was ist denn der Elektro-Ding? Du siehst doch immer wieder diese Spucke-Spenze. Ja, ja, ja. Du kannst dich selbst beruhigen. Wie ist das denn? Drück mal M1. Was soll ich drücken? M1. Maustasse 1. Geht nichts. Da hast du recht, hatte ich keinen Status-Effekt, ne? Ich konnte mich gerade beruhigen. Ich war gerade ein bisschen groggy und konnte mich selbst beruhigen. Nein, konnte ich nicht. Ich sag euch, wer da kommt. Alter, jetzt ist einfach dieses... Er kommt zu euch, er kommt zu euch. Alter, geh weg. Der Typ lockiert mich einfach. Erstmal rette ich den hinterm Locker, der Brass auf mich. Loll. Eine Barrikade kann er auch faken? Ja. Barrikade faken. Der ist direkt hinter mir. Halt. Halt, ist das weit. Hat er noch zwei Generatoren? Halt doch. Ich dachte, wir müssen noch einen machen. Ich hab gleich einen. Ist der noch bei dir? Nein, der ist nicht bei mir. Sehr gut. Ich hör ihn nicht. Jetzt komm zu dir. Er traut sich. Lass ihn genau entgegen. Fuck. Hat mich geordnet. Fuck. Na, fuck. Na gut. Mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt hier... Lauf. Mach du weiter. Ich hab Kopfschmerzen. Er ist bei dir. Scheiße. Ich könnte nichts machen. Ja, kein Problem. Ich brauch nicht grad Schlau von mir. Ich bin damals von der Haken zu holen. Alter. Ne, nimm doch Mario. Lass mir doch ein bisschen Zeit. Gib den Haken, der weiter weg ist. Ich bin doch sofort tot. Nein, dumm Wichse. Na gut. Wickel, wickel, wickel. Was findet der denn? Ich tue es ja schon. Ah, doch hier drinnen. Locker unten im Keller. Ja, ja, da gibt's... Da gibt's drei noch unten. Vielleicht schaffst du es trotzdem. Ne, das wird nicht. Tschüss, Bolivien. Einmal wieder. Ah, ok, doch, 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 doch. So. Oh, hey. Wirklich? Drück dich, Junge. Äääh. Nein. Ok. Jetzt suchst du die Luke. Alter. Alter. Nein, das ist nicht die Luke. Wickel, wickel, wickel. Ich tue es. Ah, ah ah. Ah, ah ah. Ah, ah ah. Ah, ah ah. Ich will jetzt auch fest nicht kommen. Ich wiggle mit. Ach, das war's. Auf Wiedersehen. Ich könnte noch versuchen, es zu gewinnen. Ja, mach mal. Ich kann nur noch Space machen. Ja, das geht nicht mehr. Das wird gut durchgemacht. Warum? Ist das noch eine reale Chance, dass du es schaffst? Koalien, Paalmusik, und sich ansch0000wwischen her. die Besteleunomiez war. ͉nght wird. Schwer Ass. Daher hat ihn auchifellant! Schwer Ass. Schwer. Schwer, stich. Untertitelung des ZDF, 2020